so waldemar sponsort knallerbsen woher fangen wir an er hat nichts zu sagen er ist jetzt nur waldemar ja aber ich muss wirklich noch mal feststellen dass wir hier am 9.12 bei der einkaufstour auf dem aldi parkplatz stehen das ist doch ein video für den 1. april hallo ja das kann er ja das kriegt ja trotzdem zu sein also fangen wir mit dem klack klack an ich bin waldemar guck wie scheiße die sind ja und nicht wie gut die sind sondern wie scheiße die sind machen wir mal eine oh die sind bunt ja das ist ja ja das ist doch viel zu gefährlich hier alle auf jetzt auf jetzt sind doch hier die knallerbsen aus polen ich stehe ich eskelhaft oh das kann ich scheiße das fress dann haben wir jetzt als nächstes das sind dieselben glaube ich oder das sind dieselben die sehen genau gleich aus wir haben hier gleich noch die xl-version nicht spoilern hallo erst willkommen jetzt die das ist genau gleich geil richtig krass alter gar nicht gar nicht also sehr anders als die anderen gerade boah stabil waldemar was hast du da hier für krasse zeug ok jetzt kommt das krasse zeug die bombe meine güte krass alle in der dose fancy wir sehen aber für die anderen nur ein bisschen größer dicke eier hier dicke blöden sind das ja 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 boah digga da sollte ein bum bum draufstehen ja das ist so dumbo mittelniveau ne da braucht sich jetzt hier aber was aufschlag aufschlag boah boah das ist ja geil krasser scheiß das ist jetzt mega knallerbsen ne boah von weiß man nicht äh explod wunderbar das sind dieselben nur weiße farbe diesmal oder was also irgendwie ist das immer dasselbe ach so die wollten nur weiß ach ja wenn ich diesmal bin ich schlau geworden ich pack das hier oh oi oder schade ne die ist runtergefallen kann man in der hand drücken theoretisch ist das hier nicht so kaputt ui schüss boah warte mal krasser krasser scheiß hier du ist auch schon ja hammer aber hier ich konnte den blind gegen ja nicht liegen lassen also schrecklich krasser 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 oi da hat sich meine 2 Euro doch gelohnt oder? scheiße war der Tester das hat sich auch gelohnt ja das waren 2 Euro ja das waren 2 Euro ja klar ich komme die Polizei ja das ist ja wir müssen rennen und rennen ja ja zünden und rennen man kennt es mach aus und wir müssen schnell weg schnell weg schnell weg das ist ja hier wunderbar bei ALDI bei ALDI bei ALDI bei